Sie fühlen sich überfordert? Können Ihren Verpflichtungen und Anforderungen im Familien- und Berufsalltag nicht mehr gerecht werden? Sie besitzen wenig oder keine Reserven mehr, um mit der täglichen Beanspruchung Ihrer Kraft, Ihrer Zeit und Ihrer ganzen Person fertig zu werden? Bei uns finden Sie Ruhe, Zeit zum Entspannen, den nötigen Abstand und die ideale therapeutische sowie medizinische Unterstützung während Ihrer Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme. Die ostfriesische Nordseeküste mit ihrem Nordseereizklima ist ein Naturparadies wie aus dem Bilderbuch. Nicht umsonst verlieh die UNESCO den Titel Weltnaturerbe Wattenmeer. Nicht nur im Sommer, sondern auch und gerade in der Herbst- und Winterzeit finden überlastete und gesundheitlich angeschlagene Mütter und Kinder die dringend notwendige Ruhe und Muße, um tief durchzuatmen und jeglichen Alltagsstress und Druck von sich abfallen zu lassen. Genau das haben Sie sich, die täglich rund um die Uhr für Ihre Kinder, die Familie und auch im Job im Einsatz sind, verdient. Unsere Mutter-Kind-Kurklinik, eine anerkannte Einrichtung des Müttergenesungswerkes, liegt direkt am Deich, am herrlichen Strand bzw. am Watt und neben dem Kurpark im Nordseeheilbad Norddeich. Ein Kuraufenthalt im Haus am Deich heißt, die Nordseeküste mit allen Sinnen erleben und genießen zu dürfen. Seit Abschluss des Um- und Erweiterungsbaus präsentiert sich unser Haus am Deich als eine moderne Mutter-Kind-Kureinrichtung, die den heutigen Bedürfnissen und Ansprüchen von Müttern und Kindern mehr als gerecht wird und auch Patienten mit Behinderungen einen barrierefreien Kuraufenthalt ermöglicht. Besonders attraktiv ist für die älteren Kinder unser neu angelegter Freizeitraum mit Kickertisch und Chill-Ecke. Hier finden Sie auch außerhalb der Therapiezeiten vielseitige, altersangemessene Rückzugs- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Genießen Sie diese friesische und maritime Atmosphäre des Hauses und öffnen Sie sich für den Gesundungsprozess von Körper, Geist und Seele. Das Haus am Deich mit Nordseeküstenambiente und seinem familiären Charakter sowie dem individuellen, mütterspezifischen und ganzheitlichen Behandlungsansatz lädt Sie und Ihre Kinder auf besondere Art und Weise ein, sich auf die eigene Genesung und die Therapie einzulassen. Kurziel im Haus am Deich ist es, Sie bei der Wiederherstellung Ihrer Gesundheit, das heißt Ihres körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens zu unterstützen. Hierfür steht Ihnen ein multiprofessionelles therapeutisches Team zur Seite, welches sich mitunter auf die Behandlung von Patientinnen mit chronisch kranken und behinderten Kindern, von Müttern und Kindern mit Übergewicht oder auch mit Kopfschmerzen ausgerichtet hat. Generell werden im Rahmen unserer Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahme psychosomatische Erkrankungen und psychovegetative Erschöpfungszustände sowie Atemwegs- und Hauterkrankungen oder Muskel-, Skelett- und Bindegewebserkrankungen behandelt. Ein individueller Kurplan, der auf Ihre speziellen Erkrankungen, Gesundheitsbeschwerden, auf Ihre vorhandenen Ressourcen und Ihre aktuelle Lebenssituation mit allen sozialen Belastungsfaktoren abgestimmt ist, ist der Schlüssel zu einem lang anhaltenden Kurerfolg. Die ideale Kombination von wohltuenden Heilmitteln, einer indikationsgerechten medizinischen Betreuung, von effektiven Entspannungstechniken und die Wiedergewinnung einer positiven Lebenseinstellung sind das Geheimnis einer erfolgreichen Kur. Tanken auch Sie Lebensfreude und Vitalität bei uns in Norddeich. Regenesa – Frauen- und Mutter-Kind-Vorsorge- und Reha-Therapiezentren des Frauenwerks der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover e.V.